Am Tundenball eine Selbstverständlichkeit, die auch Veranstalterkollegen schätzen. Ich glaube, das Jahr 2019 ist überhaupt ein ganz besonderes. 30 Jahre Tundenball, 25 Jahre Regenbogenparade, 50 Jahre Stonewall und die Europride Vienna 2019. Aber es geht nicht nur ums Feiern, es gibt ganz, ganz wichtige Botschaften. Ja, die wichtigste Botschaft von allem ist, dass Liebe Liebe ist. Es gibt nur genug zu tun, ja, einfach, dass Akzeptanz wirklich auch in jedem Haushalt ankommt. Dass einfach eine Gesellschaft die Vielfältigkeit lebt, das ist wichtig, ja. Das ändert sich, Gott sei Dank. Was ist so besonders daran, schwul zu sein? Was ist so besonders daran, hetero zu sein? Es ist vollkommen wurscht. Ich verstehe schon, dass wir uns alle nicht lieben können, das müssen wir auch nicht. Aber ich meine, es ist aushaltbar mit uns allen. Und deswegen entspannt sich wohl ein bisschen.